Die Sozialdemokraten können ihren Abwärtstrend in der Wählergunst offenbar nicht stoppen. In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für die BILD ist die SPD hinter die AfD auf den dritten Platz zurückgefallen. Die Partei verschlechterte sich um einen halben Prozentpunkt auf 16 Prozent und wäre damit nur noch die drittstärkste Kraft im Bund. Die AfD verbesserte sich dagegen um einen halben Punkt auf 17 Prozent. Stärkste Kraft ist weiterhin die Union mit 28,5 Prozent und ebenfalls einem halben Punkt Zuwachs. Die Grünen verharten bei 13,5 Prozent. Die Linke verlor einen halben Punkt und rangiert nun bei 10 Prozent. Die FDP bei 9,5 Prozent. Sie verschlechterte sich ebenfalls um einen halben Punkt.